Graf Charles Delo Stange war ein kurfürstlich-brandenburgischer Oberst und Chef des Kürassier-Regiments Nummer 6. Leben. Er kam nach Aufhebung des Edikts von Nantes mit anderen Flüchtlingen über Frankfurt nach Brandenburg. Vermutlich hatte er bereits in der französischen Armee gedient, denn Kurfürst Friedrich III. Er nannte ihn zum Oberst und gab ihm ein Kürassier-Regiment. Beim Begräbnis des Kurfürsten Friedrich Wilhelm trug er 1688 die K-Sekunden-Banner des Fürstentums Bad. Er heiratete 1698 in Preußen Agnes Judith von Spen, Tochter von Generalfeldmarschall Alexander von Spen. Das Paar hatte Kinder, bevor er 1703 starb. Sein Sohn Karl wurde Oberstleutnant im Kürassier-Regiment Nummer 12 und heiratete Maria Charlotte von der Schau, verwitwete er von der Trenk. Sie war auch die Mutter des Friedrich von der Trenk. Sohn Karl Sohn